Hallo liebe Gitarrenfreunde, ich bin der Bernie Greil von der Gitarrenabteilung. Ich zeige euch hier eine Gibson 1958er Lespower Plaintop in Washed Cherry VOS. Die ist so ganz leicht geaged. Hat eine schöne, sehr ruhige Deckenmaserung, sehr unaufwendig, sehr schlicht. 50er Jahre Hals, recht fett, Clusentype-Mechanien drauf. Eine Gitarre, die einen sehr leichten Ton hat, auch insgesamt sehr leicht ist. Sehr gute Ansprache, hört es euch ganz nochmal an. ein und editor. Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020 Falls euch diese oder andere Tarm bei uns interessieren, schaut ganz einfach vorbei. Wir würden uns freuen, euch bei uns begrüßen zu dürfen. Oder schaut euch hier auf unserer Homepage noch etwas die Videos an. Vielen Dank, Tschüss!